Hallo? Oh, der Motor ist aus! Ziehen Sie dann leicht am Steuerhorn, um die Nase etwas über dem Pistenende auszurichten. Oh! 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 Oh, ey! Ich weiß nicht, wo die Bremse ist! Das habe ich nicht gecheckt, Digga! Äh, äh, ist das hier die Bremse? Einen Moment! Ähm... Äh, warte mal! Ähm... Äh, Jungs! Äh, wir haben ein technisches Problem! Scheiße! Ich glaube nicht, dass der Motor raus ist. Wohl, auf der anderen Seite... Hallo? Oh, mein Gott! Ah! Ah, été schon, Bomben geraucht. Oh mein Gott! Ja! Ja!